dass die Impfung offenbar doch Auswirkungen auf den Menstruationszyklus bei Frauen hätte. Schaut selbst. Zum Hintergrund der Story. Im Video zu sehen ist Jordan Tristan Walker. Er ist seines Zeichens Director of Research and Development, Strategic Operations and mRNA Scientific Planning, bei Pfizer, ziemlich langer Titel. Und dieser denkt, er befindet sich in einem Date mit einem anderen Journalisten, den er wohl auf Tinder oder whatever getroffen oder gefunden hat. Also hier haben wir es. Das ist ein Geständnis, das ist ein Eingeständnis. Und zwar von einem hohen wissenschaftlichen Mitarbeiter von Pfizer, der drei Stufen unter dem CEO Albert Bourla berichtet, dass das Virus unmöglich aus dem Nichts erschienen ist, natürlichen Ursprungs ist, sondern im Labor gezüchtet wurde. Wow. I think the whole research of the viruses and mutating it would be the ultimate cash cow. Cash cow. Also, eigentlich eine Gelddruckmaschine. Und der Reporter fragt ihn, was eigentlich das Ziel von diesem ganzen Experiment ist. Und Walker sagt dann, dass man quasi immer der Natur einen Schritt voraus sein möchte. Weil es ist natürlich genial, dass man dann eigentlich genau weiß, wann welcher Virus kommt. Und dass man dann auch schon den richtigen Impfstoff parat hat. Wie vorhin schon erwähnt. Und das wäre das geniale Business-Modell, das perfekte Business-Modell. I feel about that revolving door. It's pretty good for the industry to be honest. Yeah. It's bad for everyone else in America. Ich bin immer noch fassungslos, dass er das so witzig findet und das ganze Zeit mit so einem Lachen auf dem Gesicht sagt. Aber das muss ich, glaube ich, alles gar nicht groß kommentieren. Es ist wirklich eigentlich einer der größten Skandale der letzten Jahrzehnte. Denn er spricht ganz klar davon, dass die Regulatoren nicht sehr streng sein werden, wenn es um eine Zulassung geht. Weil viele von ihnen später auf eine Laufbahn, auf eine Karriere, auf einen goldenen Handshake in der Pharmabranche natürlich hoffen und liebäugeln. Aber es wird wahrscheinlich auch in Deutschland geben, Grüße an unseren Gesundheitsminister. What? Nice.